Herzlich Willkommen zu der E-Learning-Lerneinheit Periphervenöse Verweilkanüle. Vorbereitung, Durchführung und Kontrolle Jetzt wird die Vene punktiert und der Mandräh in einer flüssigen Bewegung zurückgezogen, während Sie die Venenverweilkanüle vorschieben. Beachten Sie, wie die Kanüle auf diesem Foto gehalten wird, wobei es hier natürlich verschiedene Möglichkeiten gibt. Eine empfehlenswerte Variante besteht darin, dass Sie die Venenverweilkanüle mit Daumen und Zeigefinger zwischen dem farbigen Injektionsport und der Griffplatte in die Zange nehmen. Und dann kann es helfen, das Fixierpflaster wieder zu entfernen und den PVK ein ganz kleines Stück herauszuziehen. Wenn die Infusion nun gut läuft, fixieren Sie die Kanüle erneut in dieser Position. Da die periphere Venenverweilkanüle einen zentralen Stellenwert in dieser Lektion einnimmt, sollten Sie die einzelnen Bestandteile sicher benennen können. Wenn Sie Venen am Fußrücken punktieren müssen, haben Sie meist kaum noch Alternativen. Hier kann es bei bestimmten Funktionsstellen sein, dass Ihnen die Zehen des Patienten im Weg sind. Auf der Grafik können Sie sehen, dass der große Kopfdreher mehrere Ursprünge hat, nämlich am Schlüsselbein und am Brustbein. Sie vereinigen sich dann weiter oben. Die Fachbezeichnung für das Schlüsselbein lautet Klavikula und für das Brustbein Sternum. Vielleicht haben Sie Folgendes schon bei sich oder bei den Kollegen beobachtet. Umso größer der Zeitdruck bei der Patientenversorgung ist, desto weniger wird auf Hygienemaßnahmen geachtet. Gelegentlich sieht man sogar, dass die Venenpunktion ohne jegliche vorherige Hautdesinfektion erfolgt. Meist ist dies auch aus der Einsatzsituation heraus nicht zu rechtfertigen und wir möchten Ihnen an dieser Stelle wichtige Hintergrundinformationen zum Thema Hautdesinfektion aufzeigen. Laut Fachdefinition wird eine Infektion als nosokomial bezeichnet, wenn der Infektionstag frühestens der dritte nach erfolgter Krankenhausaufnahme ist. Als Infektionstag zählt hier der Tag, an dem die ersten Symptome auftreten. Neben dem speziellen Fixierpflaster dient das normale Pflaster später dazu, den Zugang zusätzlich zu sichern. Manchmal nutzt man auch spezielle, selbsthaftende Mullbinden oder ähnliches. Das macht beispielsweise Sinn, wenn der Patient feuchte Haut hat oder agitiert ist. In der Praxis ist die Wahl der Venenverwahlkanüle eine Einzelfallentscheidung, die auf den Venenverhältnissen des Patienten und seiner Erkrankung oder Verletzung beruht. Natürlich spielt auch Ihre persönliche Erfahrung beim Legen von Zugängen eine wichtige Rolle. Trotzdem möchten wir an dieser Stelle darauf hinweisen, dass die Venenpunktion juristisch gesehen eine Körperverletzung darstellt. Der Patient muss daher, sofern er dazu imstande ist, über die Maßnahme aufgeklärt werden und einwilligen. Untertitelung im Auftrag des ZDF,